Ja, der ist ganz schön anstrengend geworden. Den müssen wir kastrieren. Naja, probieren wir es doch erst einmal mit einem Hormonchip. So klingen vermutlich manche Gespräche von Hundebesitzern, wenn es um den geliebten Vierbeiner geht. Und damit herzlich willkommen bei... Der alltägliche Wahnsinn. Mein Name ist Samira. Neben der chirurgischen Kastration gibt es ja auch noch eine andere Variante, und zwar die chemische Kastration, also der Hormonchip. Was kannst du uns denn darüber erzählen, Rüdiger? Der Hormonchip in der Fachsprache Suprelurinchip, der nur Rüden eingesetzt werden kann, ist kaum größer als ein Reiskorn. Er ist ein Implantat, das mit einer etwas dickeren Kanüle unter die Haut im Nacken des Rüden eingesetzt wird. Das Einsetzen geschieht sehr schnell und ist nur mäßig schmerzhaft, sodass hierfür keine Narkose erforderlich ist. Was passiert dann im Hundekörper? Der Chip enthält den Wirkstoff Deslorelin, einen sogenannten Slow-Release-GNRH-Agonisten, den er über sechs oder zwölf Monate, je nach Chip, kontinuierlich niedriger Dosis in den Körper des Hundes abgibt. So kommt es zu einer vorübergehenden Unfruchtbarkeit. So ein Chip wirkt ja meist erst nach einiger Zeit, so vier bis sechs Wochen. Ist es richtig? Ganz genau. Viele Hundebesitzer beschreiben, dass sich das Rüdenverhalten in den ersten Wochen eher verstärkt und es dann langsam abflacht. Nach in der Regel sechs bis zwölf Monaten, gerade bei kleineren Hunden kann es aber auch länger dauern, lässt die Wirkung wieder nach. Die Rezeptoren an der Hypophyse werden dann wieder frei. Diese gibt daraufhin wieder Botenhormone ins Blut ab und die Hoden nehmen die Produktion von Testosteron und Spermien wieder auf. Ganz schön viel Fachgeschwätz schon wieder. Da wollen wir doch mal kurz auf die tollen Links in der Beschreibung aufmerksam machen. Ihr kennt das Spiel. Ihr bezahlt keinen Cent mehr, bekommt tolle Produkte und wir ein kleines Taschengeld für neue Leckerchen. Und ein Abo könnt ihr gerne auch da lassen. Und wir bedanken uns natürlich bei all unseren Supportern und fleißigen Kommentarschreibern. Heute mit dabei Let's Play mit Sarion und Celebrity Ring. Wenn ihr auch einmal mit dabei sein wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar zum Video oder etwas, was ihr uns schon mal mal sagen wolltet. Und dann seid ihr mit etwas Glück in einem der nächsten Videos mit dabei. Nun dient die Kastration ja nicht nur der Verhinderung von Fortpflanzung, sondern es gibt auch noch ein paar andere Gründe. Wie sehen die denn aus? Beim Rüden lassen sich durch die Kastration neben Hodenkrebs auch einige Erkrankungen der Prostata vorbeugen. Ein kastrierter Rüde ist in der Regel ruhiger und hat praktisch keinen Sexualtrieb mehr. Die Begegnung mit einer läufigen Hündin fällt dadurch deutlich entspannter aus. Warum sollte eine Kastration trotzdem gut durchdacht sein? Einerseits gehen viele Hundebesitzer fälschlicherweise von der Annahme aus, dass eine Kastration eine positive Auswirkung auf gewisse Verhaltensweisen hat. Das tut sie allerdings nur, wenn die Ursache sexuelle Motivation ist. Welche Motivation hinter einem Verhalten steht, sollte im Zweifel ein erfahrener Hundetrainer bestimmen. Eine Kastration, also die Entnahme von Organen, ist aufgrund des Tierschutzesgesetzes grundsätzlich einmal verboten, wenn kein triftiger Grund vorliegt. Was für Gründe können das denn sein? Einerseits natürlich medizinische. Es gibt Rüden und Hündinnen, die gesundheitliche Probleme haben, beispielsweise Tumore, die durch eine Kastration behoben werden. Andererseits die eben angesprochenen sexuell motivierten Verhaltensprobleme oder andere Auffälligkeiten. Manche Hunde leiden sehr, Rüden fressen nicht mehr richtig und Hündinnen sind oft scheinträchtig und suchen sich Welpenersatz, zum Beispiel Schuhe, und sind berührungsempfindlich in der Zitzengegend. Für diese Hunde ist ab einem gewissen Ausmaß dann einfach kein vernünftiges und ausgeglichenes Leben mehr möglich, wo dann eine Kastration helfen kann. Eine Kastration ist aber auch immer ein endgültiger Eingriff. Weswegen es den Hormonchip gibt. Sozusagen eine Kastration auf Probe. So kann man sehen, wie eine Kastration Einfluss auf den Hund nimmt und welche Auswirkungen eine solche hätte. Die Vorteile einer solchen chemischen Kastration sind klar. Die Maßnahme ist vorübergehend, es ist kein schwerer Eingriff, es erfolgt also ohne Narkose. Und man kann natürlich erst einmal schauen, wie reagiert der Hund darauf. Aber es gibt natürlich auch Nachteile, oder Rüdiger? So wie überall im Leben. Es kann zu unerwünschten Nebenwirkungen kommen, wie Fellveränderungen oder unerwünschte Wesensveränderungen. Manche Hunde werden durch das fehlende Testosteron unsicherer und manchmal auch unsicher aggressiv. Und tatsächlich ist eine exakte Wirkungsdauer eben nicht bestimmbar. Gerade bei kleinen Hunden unter 10 Kilo wirkt der Chip oft deutlich länger oder kann zu einer dauerhaften Zeugungsunfähigkeit führen. Was sollte noch beachtet werden? Der Chip kann grundsätzlich beliebig oft nachgechippt werden. Davon ist allerdings abzuraten. Das Implantat sorgt für eine permanente hormonelle Veränderung, was auf Dauer problematisch sein kann. Daher sollte die chemische Kastration mehr als Testlauf und Entscheidungshelfer gesehen werden, statt als Dauerlösung. Das Ganze sollte einfach im Austausch mit Trainern und auch Tierärzten erfolgen und einfach genau überlegt sein. Richtig. Denn wie immer treffen Menschen die Entscheidungen für ihre Vierbeiner und sollten entsprechend verantwortungsvoll an das Thema herangehen. Gesundheit ist nämlich ein wichtiges Thema. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen kranken Hund erkennen könnt, schaut gerne mal hier ins Video rein. Wenn ihr euch übrigens für coole Film-Reviews interessiert, haben wir den spannenden Kanal Kinoblog vom lieben Sebastian unten für euch verlinkt. Und sonst? Haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und dann sehen wir uns im nächsten Video. Immer um 17.45 Uhr. Haltet die Ohren steif, 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 die Ohren